Heute möchte ich euch den Grey Vetiver von Tom Ford vorstellen. Dieser Duft erschien erstmalig in einer Eau de Toilette Konzentration und ist nun nur noch als Eau de Parfum erhältlich. Anders als klassische Vetiver Düfte, trumpft dieser Grey Vetiver nicht durch Bleistiftnoten auf. Im Gegenteil, er wirkt hier sehr zitrisch und erfrischend. Wie jeder Vetiver Duft hat auch dieser eine gewisse Erdigkeit. Jedoch steht hier eine Zitrische Note, die eventuell von Bergamotte oder Grapefruit kommt im Vordergrund. Grey Vetiver eignet sich im Prinzip zu jeder Zeit, zu jedem Anlass. Die beste Zeit ihn zu tragen ist meiner Meinung nach jedoch Frühling und Frühjahrsommer. 13 10 Rowdruf